Yo, jetzt erst mal ein paar dunkle Metallic Teile, das Ding da ist nicht, das finde ich doch noch irgendwo, Sekunde, das ist ein Unterschied, ich drehe nochmal um, um zu beweisen, das ist ein Unterschied, mir geht es um die dunklen Metallic Teile, wie auch der hier, auch ein dunkles Metallic Teil, und es ist nicht schwarz, das ist dunkel Metallic, irgendwie so, genauso wie dieses Ding da, auch dunkel Metallic, und dieses Grill Ding da, auch dunkel Metallic, es reflektiert auf alle Fälle, jetzt gerade irgendwie nicht, aber ich sehe es reflektieren, ihr gerade nicht, so wirklich, oder, eine dunkel Metallic Antenne, und ich glaube, es ist auch dunkel Metallic, oder, so Silber Zeug, so eine Kralle, so ein Dorn, meine ich, und ich glaube, es ist auch so ein dunkles Metallic, oder, Flat Silber, nennen die Leute das, Yo, Das war jetzt auch erst mal alles, oder? Yo, Video Ende, Ciao,